Was geht und herzlich willkommen bei einem neuen Video auf meinem Kanal, meine lieben Freunde. Heute, seht ihr es richtig im Titel, heute geht es um alle Felgen, wo ich mir ein bisschen Zeit genommen habe, mir das Video öfters mal angeguckt habe und habe mir alles ein bisschen zusammengeschnitten auf ein Bild, habe ich heute alle Felgenkategorien für euch rausgesucht, also alle Felgen, die wir im Spiel vielleicht bekommen werden, hoffentlich als neue Felgenklasse. Also ich denke schon, dass es eine neue Felgenklasse wird, außer es werden die Standardfelgen, aber ich denke, wir kriegen dann eine neue Klasse. Oder die werden einfach zu den Tunerfelgen, wegen Tuner DLC hinzugefügt. Kringen wir um neue Felgen. Da werde ich heute ein bisschen über die neuen Felgen sprechen, wie sie mir gefallen, was ihr davon haltet, schreibt mir dann auf jeden Fall in die Kommentare, welche Felge ihr am schönsten findet. Und natürlich über die Real-Life-Anspielung, die wir heute reden, nur dass ihr Bescheid überhebt. Im Hintergrund seht ihr ein kleines Gameplay von mir, wo wir ein bisschen in der Gemeinschaft sitzen, ein bisschen quatschen, dies, das. Also, entspannt euch einfach, holt euch am besten eine Popcorn, ein paar Chips, eine Cola oder ein Wasser. Und entspannt einfach, guckt das Video und ich würde sagen, wir reden nicht so lange mit einem heißen Brei und fangen direkt mal an. Und nochmal danke für den Support gestern bei dem wunderschönen Livestream. Vielen Dank an die Leute, die da dabei gewesen sind. Dankeschön. Wie gesagt, wenn das Video dir auf die Suchmaschine bei GTA angezeigt wird, dann vergesst auf jeden Fall nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn du auf Tuning-Treffen und Sonstiges stehst und ein Like da zu lassen. Okay Jungs, ich würde sagen, wir fangen mal an, let's go da Hause. So, im Hintergrund seht ihr, wie gesagt, ein kleines Gameplay von ein paar Crewmitgliedern, wo wir ein bisschen chillen, dies, das. Genau, also, heute geht es um die neue, ja, um die Felgenklasse. Da habe ich mir nochmal ein bisschen, ja, habe ich mir einfach nochmal ein bisschen durch den Kopf gehen lassen, mir das Video öfters angeguckt von Rockstar Social Club. und habe einfach gedacht, komm, da wird bestimmt eine neue Felgenklasse rauskommen, nehme ich mir mal die Zeit und du von jedem Auto, was wir bekommen, überall die Felgenklasse schneid und mach das auf ein Bild. Und ich werde euch das Bild jetzt mal einblenden. So, ihr seht es jetzt auf jeden Fall, es sind viele, viele Felgen dazugekommen. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben von den ganzen Felgen, die wir hier haben. Und es sind ja eigentlich eine Menge, es sind zwölf Felgen. Und, äh, schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ihr von den ganzen Felgen am geilsten findet. Also, ich finde am geilsten zum Beispiel von den Supra, finde ich die Felgen echt cool. Die hat so, hat so ein bisschen, schon was, diese, diese Speichen finde ich schon echt cool. Also, von den Felgen, das finde ich richtig korrekt gemacht. Oder jetzt wie von dem neuen, äh, Flash GT. Das ist, hat schon was. Das ist auf jeden Fall cool. Schreibt mir da auf jeden Fall mal in die Kommentare, welche Felgen ihr von den ganzen am coolsten findet. Äh, und ich hab mir halt einfach mal die Arbeit gemacht und euch einfach das mal auf ein Bild geklatscht, dass ihr euch das mal angucken könnt, was wir alle so Neues bekommen. Genau, das erstmal da drum, äh, was ihr so am coolsten findet. Vielleicht kriegen wir auch wieder neue Reifenbeschriftungen, so, das kann ja alles sein. Und, da werden wir auf jeden Fall die Ohren aufspitzen, meine lieben Leute. Und, ja, ne. Gute Idee. Dann natürlich noch zu dem zweiten. Gehört es natürlich nicht nur, dass wir Felgen bekommen, sondern auch, ja, was wird so sein. Die Real-Life-Ampspielung, natürlich. Und da hab ich natürlich wieder viele, viele Sachen für euch vorbereitet, meine lieben Leute. Dass ihr euch einfach mal ein bisschen informieren könnt, ja, du machst zwar DJ's Journey-Werkstatt, das dauert aber noch ein bisschen, könntest du uns jetzt schon die Real-Life-Anspielungen raushauen. Warum nicht? Ja. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir mit dem ersten an, der Toyota Supra MK5. Kommen wir auch schon zum nächsten Auto. Der Toyota Celiazza T20. Auch sehr geil. Dann kommen wir auch schon zum nächsten Auto. Der Nissan 370Z. Kommen wir schon zum nächsten. Der BMW M2 Corbett. Oder Coupé. Und kommen wir schon zum nächsten. Der Audi RS3 Limo. Der nächste. Mazda RX-7 FT3S. Der nächste. Der Porsche Cayman GT4. Kommen wir zum nächsten. Der Toyota AE86. Kommen wir zum nächsten. Ford Mustang Boss. Kommen wir zum nächsten. Ford Mustang 2002. Kommen wir zum nächsten. Der Honda S2000. Der Honda S2000. Hammer. Kommen wir zum nächsten. Der Nissan Skyline 2000 GT. Pickup. Also der Roller. Und zum guten Schluss. Der Nissan Silvia S13. Oh yes. Das sollte es eigentlich zu den Real-Life-Spielungen sein. Die Fahrzeuge, die wir erst mal bekommen. Und das sind ja eigentlich eine Menge. Und wie gesagt. Dienstag kommt das Update. So circa 10 Uhr, 11 Uhr. Ich werde auf jeden Fall für euch wieder viel Content raushauen. Zwecks Videos. DJ's Tuning-Werkstatt. Real-Life-Anspielung. Kommt wieder alles dazu. Baujahr, pipapo. Aber ich wollte euch einfach jetzt schon mal ein bisschen darüber aufklären. Was wir so bekommen an Real-Life-Anspielungen und neuen Felgen. Und das soll es eigentlich bis dahin gewesen sein. Welche Felgen ihr am schönsten findet, schreibt es in die Kommentare. Geschweige denn, welches Auto ihr am schönsten findet, schreibt es in die Kommentare. Gut. Dann bin ich eigentlich raus. Wünsche euch alle noch einen entspannten Nachmittag. Stimmt auf jeden Fall im Discord ab für das nächste Motto. Lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn ihr es noch nicht gedauert habt. Und wer neu auf dem Kanal ist, kann natürlich auch gerne den Kanal abonnieren, wenn ihr auf Tuning-Treffen steht. Kuss geht raus. Ich danke euch für den Support, dass ihr immer mit einem Start seid. Wir hören uns. Haut rein. Und ciao. Kuss geht raus. Kuss geht raus.